Forschung, Erprobung und ein kreativer Ansatz waren seit jeher ausschlaggebend und werden es immer sein. So entstehen die besten Innovationen, jene, die unser Leben verbessern und unsere Umwelt schonen. So entstehen auch die keramischen Oberflächen Active Surfaces. Wir haben uns stets für eine auf den Menschen zugeschnittene Zukunft eingesetzt. Eine Zukunft, in der sich die Architektur harmonisch in die Natur einfügt. Mit Active Surfaces werden Keramikprodukte zu einem umweltaktiven Material, in der Lage Schadstoffe zu reduzieren, Viren und Bakterien abzutöten, schlechte Gerüche zu neutralisieren und die Reinigung zu erleichtern. Active Surfaces basieren auf der fotokatalytischen Wirkung von Titanoxid, das in Kombination mit Silber vom sichtbaren Licht aktiviert wird und seine ganze schadstoffabbauende und antimikrobielle Kraft entfaltet. Active Surfaces sind bei Tageslicht, bei Kunstlicht und sogar unter LED-Beleuchtung effizient. Dank des Brennvorgangs bei 680 Grad Celsius bleibt die Wirkung während der gesamten Lebensdauer des Keramikprodukts bestehen und dessen Eigenschaften unverändert erhalten. Active Surfaces beseitigen selbst ohne Licht 99,99 Prozent aller Viren und Bakterien. Von häufig vorkommenden Arten bis zu heimtückischen Keimen und wirken zudem gegen den Coronavirus SARS-CoV-2, den Auslöser von Covid-19. Durch den Abbau organischer Moleküle auf den Keramikoberflächen wird die Bildung eines Biofilms auf natürliche Weise verhindert. Aus demselben Grund wird die Entstehung von Schimmel und Pilzen verhindert. Eine Wirkung, die in sehr vielen öffentlichen Bereichen grundlegend und im häuslichen Umfeld ausgesprochen wichtig ist. Durch die fotokatalytischen Prozesse auf der Oberfläche des Titanoxids werden geruchserzeugende organische Moleküle abgebaut und unser Lebensraum damit entscheidend verbessert. Active Surfaces machen Keramikprodukte extrem hydrophil. Die Reinigung wird damit kostengünstiger und umweltfreundlicher, da Schmutz weniger stark haften bleibt. Regen genügt, um ihn abzuwaschen. Stickoxide und flüchtige organische Verbindungen sind in der Luft vorhandene gefährliche Moleküle. Treffen sie auf die keramischen Oberflächen einer Active Fassade, werden sie zersetzt und in harmlose Substanzen umgewandelt. Somit hat ein einziges Gebäude dieselbe Wirkung wie ein ganzer Wald. Entgegen der landläufigen Meinung kommen auch in Wohn- und Büroräumen verschiedene Schadstoffe vor. Active Boden- und Wandverkleidungen verbessern die Qualität der Luft, die wir täglich über mehrere Stunden einatmen. Active Surfaces sind eine Innovation, die durch italienischen unternehmerischen Weitblick entsteht und in Zusammenarbeit mit der Universität Mailand entwickelt wurde. Seit ihrer Entstehung im Jahr 2009 wird ihre Leistungsfähigkeit durch Forschung und Erprobung weiter verbessert. Die Wirkung von Active Surfaces ist durch zahlreiche ISO-Zertifizierungen belegt und von zwei Patenten zum Schutz der Kombination von Titanoxid mit Silber und der mikrometrischen Größe der Titanoxidpartikel gesichert. Partikel dieser Größenordnung bewahren das Wohlbefinden jener Mitarbeiter, die mit der Substanz umgehen. Active Oberflächen werden in emissionslosen Werken hergestellt, enthalten 40% recyceltes Material und sind wiederverwertbar. Mit ihrer schadstoffabbauenden Wirkung kompensieren sie die bei der Materialherstellung erzeugten NOx- und VOC-Emissionen in zwei Jahren. Danach sind Active Surfaces weiterhin zum Schutz unseres Wohlbefindens aktiv. Keramische Produkte werten natürliche und lebenswichtige Elemente wie Erde, Wasser und Feuer auf. Active Surfaces machen daraus eine aktive Oberfläche für eine nachhaltigere Architektur, die noch mehr auf das Wohlbefinden ausgerichtet ist. Unser aller Wohlbefinden. Where Design and Science meet, Beauty and Wellbeing live. What Design and Science meet, Beauty and Wellbeing live.